Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr bei meinem neuesten Video auch wieder mit dabei seid. Ich mache ja, wie ihr wisst, gerne Do-It-Yourselfs, die sich auch auf Serien, Filme oder Bücher beziehen, die ich gelesen oder gesehen habe. Und als ich die Woche bei Teddy ein bisschen durch die Regale gestandert bin, ist mir diese süße kleine Holzkiste in die Hände gefallen. Und ich habe mir gedacht, was passt jetzt besser in mein Game of Thrones Regal, als mir einfach aus Fimo ein Drachenei selbst zu machen. Ich hatte von meinen letzten Bastelprojekten noch ein bisschen grünen und schwarzen Fimo übrig gehabt. Es ist im Endeffekt ganz egal, welchen Fimo oder welche Farbe vom Fimo ihr für das Drachenei benutzt, weil das Ganze einfach nur innen drin sein wird. Für außen würde ich euch empfehlen, einen Fimo in der Farbe zu nehmen, wie ihr auch später das Drachenei haben wollt. Aber für den inneren Kern, sage ich mal, des Dracheneis ist es ganz egal, was für einen Fimo ihr benutzt. Ich habe wie gesagt jetzt einfach einen genommen, von dem ich noch Reste hatte und mir gedacht, bevor die jetzt irgendwie antrocknen oder hart werden, benutze ich doch einfach die. Als erstes müsst ihr natürlich ein bisschen Zeit mitbringen, denn das Fimo muss ordentlich durchgeknetet und weichgeknetet werden. Und das dauert eben seine Zeit. Das hier war dann mal so ein Zwischenstand von dem, was ich schon weichgeknetet habe. Und es hat so eine richtig schöne Strukturierung gehabt. Aber die musste ich leider zerstören und das restliche Fimo auch noch mit reinkneten. Und ich muss sagen, am Schluss hatte ich so eine Magenschleimfarbe. Aber im Endeffekt war es ja egal, weil es ja einfach nur der Kern des Dracheneis war. Ich habe mir dann noch ein bisschen was von dem schwarzen Fimo übrig gelassen und habe das auch weichgeknetet. Und dann habe ich mir meine große Kugel geschnappt, die dann eben das Drachenei werden soll und habe auch versucht, die ein bisschen eiförmig zu formen. Eiförmig zu formen? Ja, das ist gut. Habe sie eben in meiner Handfläche ein bisschen gerollt. Habe auch geschaut, dass nicht zu viele Dellen drin sind, damit das Ei auch wirklich schön gleichmäßig ist. Am unteren Teil habe ich dann das Ganze ein bisschen flach gedrückt. Und das, falls ich das Ei irgendwann mal hinstellen möchte, dass ich da einfach so ein bisschen eine flache Seite habe. Und damit es mir auch einfach später im Backofen nicht umkippt. Als ich mit der Form zufrieden war, habe ich das Ei zur Seite gelegt und habe mir meinen schwarzen Fimo geschnappt. Da habe ich immer so kleine Stückchen abgerissen oder mit meinem Cutter abgeschnitten. Und habe mir da schon mal kleine Kügelchen vorbereitet. Das macht ihr einfach mit dem ganzen restlichen Fimo, das ihr habt. Und hier seht ihr es auch nochmal, das waren so wirklich mini, mini, mini Kügelchen. Die habe ich dann in meiner Handfläche schön platt gedrückt. Das muss auch gar nicht symmetrisch sein. Drachenschuppen sind ja auch nicht eins zu eins identisch. Habe das wie gesagt ein bisschen platt gedrückt, an einer Seite ein bisschen spitzer gemacht. Und habe das Ganze dann auf der Spitze meines Dracheneis festgemacht. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr die runde Seite der Schuppe nach oben macht und sie dann nach unten ein bisschen spitzer zulaufen lasst. Weil wir die Schuppen ja so ein bisschen überlappend auf den Fimo drücken müssen, damit das Ganze auch schön realistisch aussieht. Mit der zweiten Kugel habe ich es dann genauso gemacht. Einfach wieder ein bisschen gerollt, flach gedrückt und dann neben meiner anderen Kugel auf der Fimo-Figur oder auf dem Fimo-Ei festgedrückt. Hier seht ihr es auch nochmal. Also das obere Teil des Eis, das muss dann ungefähr so aussehen wie eine Blüte. Nur dass ihr nicht die Spitzenenden zusammen macht, sondern quasi die runden Blütenblätter oben zusammen laufen lasst. Ich hoffe, das ist ungefähr verständlich und ihr wisst, wie ich es gemeint habe. Aber man sieht es ja eigentlich auf dem Video auch relativ gut. Das Ganze ist natürlich eine ziemlich aufwendige Arbeit. Hier seht ihr zum Beispiel jetzt mal das Ganze so ungefähr nach der Hälfte. Da habe ich so bestimmt schon 10-15 Minuten dran gesessen. Also ich sage mal, für das ganze Ei braucht ihr ungefähr so 20 Minuten, um wirklich alle Schuppen schön auf ihrem Platz zu positionieren. Je weiter nach unten ihr euch arbeitet, desto mehr müsst ihr auch aufpassen, dass ihr die oberen Schuppen nicht mehr irgendwie festdrückt oder verdrückt. Das ist mir ein paar Mal zwischendurch passiert und dann müsst ihr es einfach mit dem Fingernagel oder so nochmal ein bisschen ausbessern, dass die Schuppen einfach ein bisschen schöner abstehen. Ihr könnt sie natürlich auch festdrücken, aber ich persönlich finde es schöner, wenn sie so ein bisschen abstehen. Als ich damit zufrieden war, habe ich mir einen Lidschatten geschnappt. Das hier war jetzt so ein schwarzer mit so Goldglitzerpigmenten drin. Ich wollte halt wie gesagt ein schwarzes Ei haben und fand diese Glitzerpigmente eigentlich noch ganz schön. Habe dann ein bisschen von dem Lidschatten aus der Schatulle gekratzt und habe mir dann meinen ganz, ganz weichen, feinen Pinsel geschnappt. Da müsst ihr auch wirklich aufpassen, dass es so ein weicher Pinsel ist, weil ihr sonst auch euer Fimo wieder ganz schnell verdrücken könnt. Habt das Ganze dann mit dem Lidschattenpulver schön bestrichen, bis wirklich jede Schuppe ganz, ganz toll geglänzt und geglitzert hat. Welche Farbe ihr benutzt, ist natürlich euch überlassen, aber ich würde euch wirklich empfehlen, dass ihr den Fimo in derselben Farbe wie den Lidschatten nehmt oder wenigstens so den gleichen Farbtyp verwendet. Nachdem ich alles bepinselt habe, habe ich mein Ei für 20 Minuten bei 110 Grad im Backofen gebacken. Und schaut mal wie schön es geglitzert hat und dabei war es echt schon dunkel im Raum. Damit das Ei jetzt aber nicht ganz so trostlos im Regal steht, habe ich mir ja wie gesagt bei Teddy noch so eine kleine Holzkiste gekauft. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich eure Kiste noch mit brauner Acrylfarbe anmalen. Aber ich persönlich fand dieses Naturholz ganz schön, vor allem weil es farblich so gut zu meinem Funko Viserion passt. Und damit mein Ei völlig geschützt in seiner Box liegen kann, habe ich noch so ein bisschen Polstermaterial besorgt und habe das da unten reingemacht. Wenn es das bei euch nicht gibt, könnt ihr natürlich jetzt um Ostern rum auch Ostergras dafür verwenden. Aber natürlich verlinke ich euch wie immer die Materialien, die ich gekauft habe. Ich hoffe, ihr hattet jetzt Spaß bei dem Video. Wenn ihr jetzt noch Wünsche habt, zu welchen Serien, Filmen oder Büchern ich doch mal ein Do-It-Yourself drehen soll, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare oder schickt mir bei Instagram oder Facebook eine Nachricht. Ansonsten hoffe ich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet und sagt bis dahin Tschüss und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017